Hey, ihr Stoffe-Schnüffeln, Schnüffelnasen. Und willkommen zu einem weiteren Video der Neugierde meinerseits. In der Vergangenheit haben wir viel über Elektromobilität gesprochen. Und in den Kommentaren habt ihr euch überschlagen und geschrien, was ist denn mit Wasserstoff? Nun, heute ist es soweit. Hyundai hat mir in der Wasserstoffhauptstadt Berlin, deren aktuellste 2020-Version des Nexo zum Abholen hingestellt. Und ich konnte damit ein paar Tage durch die Gegend gucken und werde euch in diesem Video meine Gedanken und Ausblicke zum Auto und zur Wasserstoffmobilität teilen. Also hold on to your Ablederlappen und genießt die nächsten Minuten bei einem Schluck Wasser. Also, wo steigen wir bei euch als verwöhnte Auto allmanns ein? Ausstattung? Fahrgefühl? Preis? Ne, ich weiß. Steigen wir ein mit dem Wasserstofffrontantrieb-Reduktionsgetriebe. Wow, was? Ja, viele von euch fragen sich zurecht, how the fuck funktionieren eigentlich Wasserstoffautos und warum ist das ein Video wert? Ich erzähle euch das mal ganz simpel. Wasserstoffautos sind im Grunde E-Autos, nur werden sie auch Brennstoffzellenautos genannt, weil im Auto eine Zelle sitzt, die Stoff braucht, um zu funktionieren. Dieser Stoff zum Funktionieren ist Sauerstoff aus der Umgebung und Wasserstoff, gewonnen durch Wasser oder durch Umwandlung von Erdgas. Und was die Brennstoffzelle aus dem Stoff macht, ist Wasser. Was beim Wasserlassen, Machen entsteht, ist Wärme und Strom. Der Strom wird direkt in den Elektromotor geleitet und zu viel produzierter Strom wird in einer Batterie zwischengespeichert. Der Wasserstoff wird dabei nicht mehr wie früher flüssig heruntergekühlt herumgefahren, sondern in Gasform gespeichert. Umwelttechnisch wäre es in der Theorie so ziemlich das Coolste, was man machen könnte. Aber ja, bevor ihr die Kommentare flutet, es gibt dabei natürlich auch leider noch Herausforderungen, die noch nicht weggeschummelt werden können. Erstens, die Wasserstoffherkunft. Da es in noch keinem Land der Welt eine Wasserstoffwirtschaft gibt, die auf erneuerbare Energien, also zum Beispiel Elektrolyse, setzt, wird Wasserstoff aktuell wie Benzin durch fossile Energieträger gewonnen. Aber an emissionsfreier Gewinnung durch erneuerbare Energien wird, auch durch diverse Förderungen, hart gearbeitet. Und zweitens, die Effizienz. Ich weiß, ihr würdet so gern vergleichen, aber Brennstoffzellenautos mit Verbrennern oder Elektroautos auf Basis von Effizienzwerten quer vergleichen zu wollen, macht keinen Sinn. Und schon gar nicht für die Leute an den Tank sollen, die Effizienz nur an Preis pro Liter messen. Das ist so, als würde man den Nährwert einer Kiwi mit dem Nährwert eines Essays über gesunde Ernährung vergleichen. Und man darf dabei nicht vergessen, bei der Brennstoffzelle handelt es sich um einen Energiewandler. Deshalb kann ein solches System nie genauso sein wie zum Beispiel eine Batterie, die ein Energiespeicher ist. Und bei einem klassischen Verbrenner stehen wieder noch andere Aspekte im Raum. Was aber zum Thema gesagt werden kann, die aktuelle Effizienz der Brennstoffzelle ist ein vielversprechendes Achievement. Denn innerhalb der jüngsten Vergangenheit ist nicht nur die Effizienz um das 200-fache gestiegen, sondern parallel sind die Kosten um das 20-fache verringert worden. Ich meine, wenn Hyundai mit dem Tempo weitermacht, dann ist es nicht mehr lange, bis wir gar nicht mehr anders können, als Wasserstoffautos wie warme Semmel kaufen zu wollen. Oh, und wusstet ihr? Das Auto führt nebenbei noch ein Doppelleben, ein so riesiger, fahrender Luftfilter. Denn im Nexo steckt ein Hochleistungsfiltersystem, das Teilchen kleiner als 2,5 Mikrometer binden kann. Also zum Beispiel das, was Autos vor euch an Feinstaub in die Luft pusten, wird in der Filteranlage gesammelt und daraus wieder ein Stückchen sauberer Luft gemacht. Oder anders gesagt, mit jedem Nexo fahrt ihr eine Ladung von 60 Bäumen durch die Gegend, die auf die Luft einwirken. Okay, also viel dazu. Euch ist aber wahrscheinlich schon aufgefallen, während das Äußere des Nexo rechts sleek ist, also von klaren Kanten und kleinen, aber feinen Details definiert wird, wie den Luftkanälen, langgezogenen Scheinwerfern oder versenkbaren Türgriffen, ist das Innenleben das genaue Gegenteil von Autos, die man aktuell in der Kategorie Zukunft findet. Also statt Minimalismus setzt Hyundai hier auf eine ganze Wagenladung voll visuell deutlich sichtbarer Ausstattung und Möglichkeiten, die auf den ersten Blick erschlagen können. Haufenweise Anzeigen hier, haufenweise Knöpfe da, doch wenn man sich akklimatisiert hat, wird klar, die Gedanken dahinter sind eigentlich gar nicht so furchtbar. Also lasst doch mal gucken. Als erstes bleibt der Blick am auffälligen Cockpit kleben. Da springen uns instant die 7- bzw. 12,3-Zoll-Touchscreens ins Auge, die alles an Zeug zeigen, was euch spontan in den Kopf kommt. Dazu aber gleich mehr. Darunter eine waschechte Knöpfeorgie, die ich so noch nie gesehen habe. Eine omnipräsente Palette an Dingen, um scheinbar auch als blinder Mensch problemlos Auto fahren zu können. Oh mega lol. Knöpfe für die Klimaanlage, Knöpfe für die Sitzlüftung, Knöpfe für Fahrfunktionen bzw. Assistenten, ja sogar Knöpfe für die Schaltung. Jesus Christ, das ist mal ein Statement. Darunter könnt ihr eure Smartphones kabellos laden und falls ihr noch mehr Knöpfe braucht, habt ihr ein vollwertiges Multifunktionslenkrad und daneben noch ein paar Knöpfe für andere Dinge. Wie zum Beispiel Ablassen von Wasser oder Ein- bzw. Ausschalten des virtuellen Motoren-Sounds. Puh, wenn euch jetzt auch der Kopf raucht, entspannen könnte man im Auto aber auch ganz gut. Denn die Stoffe im Inneren sind bio und das Acht-Lautsprechersystem von Krell kann nicht nur laut, sondern auch gut. Wer das Knöpfe-Piano nach einer Weile spielen kann, der darf sich dann auf Klassiker wie DAB, Android Auto, Apple Carplay oder Totwinkelassistenten per Kamera freuen. Eigentlich ganz cool, zusätzlich einen digitalen Seitenspiegel zu haben, der das Fahren sicherer macht. Dazu noch eine recht potente eigene Navigationslösung mit haufen weißen eingespeicherten Orten wie Wasserstofftankstellen und andere Dinge. Wisst ihr, auch wenn ich persönlich aufgrund der Größe kein Fan von SUVs bin, ist das Fahrgefühl im Nexo alles andere als klobig oder klassisch. Ich meine, grundsätzlich fährt er sich wie ein E-Auto, aber all die Instrumente und Knöpfe vor der Nase und die stetige Gewissheit im Hinterkopf mit einem Antrieb zu fahren, den sonst so gut wie niemand unterm Arsch hat, ist der wohl vernünftigste Ansatz, sagen zu können, ich fahre ein Raumschiff. Und wer will nicht gern in einem Raumschiff fahren? Okay, und wenn ihr nun fleißig herumgeeiert seid und die 500 bis 700 Kilometer maximaler Reichweite bis aufs letzte ausgeschöpft habt, dann ist Tanken angesagt. Aber nicht wie beim Verbrenner, einfach den stinkenden Rüssel reinhalten und so schnell wie möglich fertig werden, was auch treffend eure Beziehung zusammenfassen könnte. Hier braucht ihr für einen wirklich vollen Tank etwa 3 bis 5 Minuten eurer wertlosen Zeit. Dann seid ihr auch schon fertig. That's what she said. Aktuell kostet das Kilo 9,50 Euro. Das Kilo 9,50 Euro. Heiliger Bim Bam. Wann habt ihr das zuletzt mal an der Fleischtäge gesagt, hm? Und in die drei Tanks des Nexo passen gute 6 Kilo, also umgerechnet etwa 150 Volumen Liter. Und pro Kilo kommt man im Schnitt gute 100 Kilometer weit. Im Vergleich zu einem Verbrenner ist der pro 100 Kilometer Preis also günstiger. Dazu ist das Tanken genauso idiotensicher, wie man sonst auch kennt und abgestützt. Haben wir noch was vergessen? Oh, ach ja. Auch Brennstoffzellenautos sind förderungsfähig. Bis zu 21.000 Euro gibt's zurück, jedoch nur für gewerbliche Kunden. Wahrscheinlich, weil die Autos einfach noch Geld kosten. Der Nexo in unserem Falle pendelt sich in etwa bei 80.000 Euro ein. Okay, und was lernen wir daraus? Nun, auch wenn ich persönlich in ferner Zukunft nicht mehr an Individualverkehr glaube, ist Wasserstoff zumindest die logischere Alternative neben Elektromobilität. Nicht der Verbrenner oder Hybride. Dann wenn schon Individualverkehr, dann wenigstens mit einem guten Gefühl. Ich meine, im Grunde ist alles besser als ein Verbrenner. Aber woher soll das der Durchschnittspöbel auch wissen, wenn die Preise immer noch gesalzen und die Förderung klein sind? Kein Wunder, dass deswegen das Interesse auch automatisch abschweift. Nicht nur der Nexo, auch Wasserstoffmobilität an sich hätten deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Aber es ist halt wie immer. Wenn man in solchen Autos nicht dringesessen hat, dann weiß man auch nicht, was einem fehlt. Oder was man verpasst. Ihr wisst, ach, wisst ihr was? Damit dieses Video sich nicht so unendlich ausdehnt wie das Universum, mache ich noch ein weiteres zum Thema Wasserstoffmythen. Ja, sowas wie explodieren Wasserstoffautos. Also freut euch schon mal drauf. Ich tue es definitiv. Puh, das war schön. Aber noch ein Disclaimer zum Schluss. Hyundai hat das Auto gestellt, weil es das natürlich die einfach so bei Amazon zu kaufen gibt. Hyundai hat das Video gesehen zum Fact-Checking, also ist das Brennstoffzellenprinzip richtig beschrieben, sind die Features des Autos richtig beschrieben. An der Story des Videos am roten Faden und an meiner abschließenden Meinung beziehungsweise Beurteilung gab es aber kein Mitsprachrecht. So, und jetzt seid ihr dran. Denn wie gesagt, ich will wirklich noch ein zweites Video über das Thema Wasserstoff machen, weil wir haben schon so viel hier über Elektromobilität gesprochen, aber noch nicht so viel im Detail über Wasserstoffmobilität. Und ich finde, das ist nur fair, wenn wir das jetzt auch mal wirklich angehen. Postet einfach fleißig in den Kommentaren, was euch zum Thema Wasserstoffmobilität einfällt. Und dann schau ich mal, was ich von eurem Gehirnergüssen alles so fürs nächste Video nutzen kann. Und bis dahin gehe ich jetzt Blumen gießen.